So, heute war ein erfolgreicher Prüfungstag. Die Teilnehmer haben alle ihre Quali bestanden und wir nutzen direkt die Gunst der Stunde und haben noch etwas Pferdengelände gefunden und werden jetzt gleich noch einmal gemeinsam mit dem Team die letzten Vorbereitungen für die VDH-Deutschen Meisterschaft treffen und hier nochmal Pferden gehen. In diesem Sinne ein sehr gelungener Tag bis hierhin und jetzt gibt es noch ein paar Ausschnitte von unserer Pferde. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.